Wie ihr seht, der William werdet noch an unserem Album, heute ist es wirklich final, le final, es ist vorbei, es wird gerade gebrannt, wir schleichen uns, ah da ist er schon, hallo. Vielleicht will er heute mal irgendwas sagen, der geheimnisvolle Produzent Felix F. oder nennen wir lieber F. Förster, was machen Sie, Herr Förster, gerade? Ich teste jetzt mal die CD, ob es überhaupt geht. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit bisher? Ja, sehr, sehr, ein Meisterwerk. William ist begeistert, ich auch übrigens. Leute, es ist tatsächlich vollbracht, ich tüte das ein, es geht morgen nach München, übermorgen, übermorgen nach Berlin und am 9.9.2009, Big Release und die Party am 27. Peace out!